Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um das Thema Das braucht dein Kind wirklich. Es geht um das Thema Kindererziehung und bevor ich das Video starte, noch ein kleiner Tipp. Ich werde sehr oft nach Erziehungsratgebern gefragt, ob ich da irgendwie ein Buch empfehlen kann. Ich selbst persönlich habe kaum welche gelesen. Ich weiß gar nicht wie viel, vielleicht drei Stück insgesamt oder sagen wir mal fünf. Aber das meiste Wissen habe ich tatsächlich aus der Arbeit an mir selber, an der Bewusstseinsarbeit, an der Persönlichkeitsentwicklung, verstehen, wie funktioniert meine Psyche, was sind meine Schattenthemen. Das heißt, umso mehr ich meinen Shit auflöse, meine Glaubenssätze, meine Blockaden in mir reinschaue, warum ich reagiere, so wie ich reagiere, desto mehr kann ich auf mein Kind eingehen. Also der beste Erziehungsratgeber in meinen Augen ist tatsächlich, wenn du an dir selber arbeitest, weil wenn du anfängst mit der Persönlichkeitsentwicklung und ja, fängst du sowieso automatisch an, dich zu verändern und während dieses Lernen an dir selber und experimentieren und schauen, was haben meine Gedanken für Auswirkungen, warum habe ich diese Glaubenssätze, kommst du an den Punkt, das hat alles mit deiner Kindheit zu tun, dass du so bist, wie du gerade bist. Und wenn du das weißt und wenn du siehst, ah, das haben also meine Eltern falsch gemacht, das hätten sie besser machen können, weißt du ganz genau, wie du es jetzt mit deinem Kind besser machen kannst, weil du ja bereits an dir arbeitest. Trotz allem kann ich gerne nochmal ein Video für euch vorbereiten, wo ich Bücher vorstelle, die man lesen sollte, wenn man Kinder hat. So, aber darum geht es heute nicht. So, was braucht denn ein Kind wirklich? Das Kind, wenn es auf die Welt kommt, was es wirklich braucht, ist gesehen sein, gehört sein und als Individuum anerkannt sein. Ich meine, ein Baby braucht ein bisschen mehr, es braucht natürlich ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Körpernähe, brauchen eigentlich alle Kinder, aber eigentlich kein eigentlich, jedes Kind braucht das. Aber diese drei Faktoren, dass es gesehen wird, gehört wird und als Individuum anerkannt wird. Und ich kann euch sagen, ich als dreifache Mama sehe, dass es nicht immer einfach ist, all meine Kinder zu sehen und zu hören. Manchmal ist man im Alltag so eingespannt, jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht ganz so, aber im Normalfall ist man so eingespannt, dass man einfach nur müde ist und mit dem Fokus jetzt schnell Essen machen, die Wäsche und dann alle ab ins Bett. Und dann will jedes Kind dir was erzählen und jedes Kind will gesehen werden und dann gibt es halt immer mal Streitereien. Aber im Großen und Ganzen möchte trotz allem jedes Kind gesehen werden, gehört und als Individuum anerkannt sein. In seiner Authentizität, Authentizität, Authentizität? Ihr wisst ja, ich arabische Ausländer, kein deutsch, aber okay. Was ich sagen möchte ist, das sind die Punkte, die ein Kind braucht. Bedeutet nicht, dass wir es zu 100 Prozent erfüllen können, immer. Und da brauchen wir kein schlechtes Gewissen. Der erste Schritt, damit du das integrieren kannst, ja, diese drei Sachen ist, erst mal selber bewusster sein im Alltag. Bewusst, weil unser Bewusstsein schläft immer wieder ein von uns allen. Wir sind im Autopilot-Modus, wir sind unbewusst und handeln einfach, ich sehe es an mir, manchmal wie ein Roboter, einfach meine Aufgaben abarbeiten und bin gar nicht bewusst wach in dem Moment. Also der erste Schritt, um diese Sachen zu integrieren, um für das Kind da zu sein, ist immer mal wieder, sich eine Erinnerung zu machen, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade? Das kannst du mit Meditation sehr gut lernen. Aber für all diejenigen, die das ankotzt, die sagen, ey, es geht mir auf den Sack, ich habe dafür keine Zeit. Du kannst im Alltag einfach immer wieder beobachten oder eine Erinnerung machen in dein Handy. Machen wir mal jede Stunde eine Erinnerung, wo ist gerade meine Aufmerksamkeit? Und spätestens hier wirst du merken, wie oft dein Bewusstsein schläft und du von Gedanken gelenkt wirst. Also nicht ich lenke meine Gedanken, sondern meine Gedanken lenken mich und ich bin wieder bei irgendeinem Thema und zwar unbewusst. Ich habe es nicht gemerkt. Ihr wisst ja, was die Wissenschaftler sagen. Wenn das denn stimmt, sollten wir angeblich jeden Tag mindestens 60.000 Gedanken am Tag denken. Und natürlich ist das unbewusst, die meisten Sachen. Das kriegen wir nicht mit. Wenn wir aufmerksam sind, wenn wir unsere Gedanken wahrnehmen, wenn wir im Hier und Jetzt sind, also wenn unser Bewusstsein wach ist, merkst du, was dein Kind wirklich braucht. Und dann bist du auch offen. Wenn das Kind dann schon die ganze Zeit nervt mit irgendwas, dann weißt du, es braucht meine Aufmerksamkeit. Und dann schaust du es an und dann hörst du ihm zu. Und ich rede aus Erfahrung. Manchmal schaue ich mein Kind an und höre zu, aber ich höre gar nicht zu. Mit meinen Gedanken bin ich ganz woanders. Und Kinder sind so feinfühlig, die wissen, dass das Mama gerade nicht wirklich zuhört. Sie wissen, dass Mama mich gerade nicht wirklich anschaut. Sie tut das nur so als ob, aber in Wirklichkeit ist sie mit ihren Gedanken schon wieder in der Küche und hat irgendwie was anderes zu tun. Das heißt, was wir lernen können, zusammen, gemeinsam, wie alle Eltern, ist mehr achtsam zu sein im Alltag. Und wenn das Kind sich mit dir unterhält, wirklich in die Augen zu schauen und in dem Moment jetzt da zu sein, alles andere erstmal wegschieben. Und wenn es halt nicht geht aktuell, dann sagst du, mein Schatz, warte mal einen Moment, ich muss gerade mal das fertig machen. Oder der Herd ist an oder was auch immer. Ich muss gerade aufs Klo. Ich komme gleich, mein Schatz. Okay, dann gehst du hin und dann kann man auf Augenhöhe das Kind anschauen und sagen, ja, was wolltest du sagen, mein Schatz? Und anhören. Und der dritte Punkt war als Individuum das Kind anerkennen. Das sehen wir ja auch als Erwachsene. Wir wollen als Individuum anerkannt werden. Ich will nicht mit irgendeiner anderen Frau verglichen werden, weil ich bin nicht vergleichbar. Ich möchte einzigartig sein. Und jeder, der mir hier zuhört, ob Mann, Frau oder Kind, schau mal bei dir. Möchtest du mit jemandem verglichen werden? Nein, das denke ich nicht. Du willst einzigartig sein. Es gibt klar Momente jetzt als Erwachsener, wo man sich vergleicht, weil man das gleiche erreichen möchte, vielleicht auch besser sein möchte. Okay, Ellenbogengesellschaft, da haben wir so alle dasselbe erlebt. Aber fürs Kind ist es ganz schlimm, verglichen zu werden. Sollten wir als Individuum akzeptieren und nicht mit der Masse vergleichen und ihn in eine Ecke drängen, was ja die Schule sowieso schon für uns tut. Das macht ihr ja sowieso. Da können wir zu Hause dafür sorgen, dass das Kind sich mehr entfalten kann. Und wenn ich euch diese Tipps hier rausgebe auf YouTube, bedeutet das nicht, dass ich das perfekt zu Hause umsetze. Ich habe auch hier und da ganz viele Ecken und Kanten, wo ich noch an mir arbeiten kann. Ich habe dieses Wissen und arbeite daran, es umzusetzen und weiß, dass ich es nicht zu 100% umsetze. Finde es aber immer hilfreich, dieses Wissen trotz allem weiterzugeben, weil ich sicher bin, dass ich damit ganz viele Eltern mitziehe oder auch Erzieher. oder, was ich auch schon oft mitbekommen habe, Frauen, die mir zuschauen, die irgendwann mal Mutter werden wollen, dass sie dieses Wissen aufsaugen und wissen, das kann ich auf jeden Fall nutzen in Zukunft. Das war es jetzt zu diesem Video. Ich wünsche dir einen wundervollen Freitag, ein sehr schönes Wochenende. Draußen ist gerade traumhaft schönes Wetter. Ja, das heißt jetzt ist es 18 Uhr. Das Video wird wahrscheinlich um 20 Uhr hochgeladen werden. Mal schauen, wie es bis dahin aussieht. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Spaziergang hier hinterm Haus. Und ja, ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und bis bald zum nächsten Video. Und ja, ich wünsche dir ein WunnarFI ein Wundervoll, das ist das Video. Vielen Dank.